Schubkraft Hallo und herzlich willkommen bei Rocket Rassink Rassink mit Bani und Mia, meine Nid Hallo, wir sind da back 100% Digga Ich auch Du hast es abgelesen bei mir, wa? Erste Runde heute, geht direkt los Die wird reingeschissen Schon wieder die Ja, kennen wir doch Fast den Boost gekriegt So, mein Junge, jetzt geht es ab hier Oh, Bani ist auf dem zweiten, der ist hinter mir Ja, und die anderen Ich habe noch nicht Ein Boost gezündet und die sind noch nicht Oh, ich hatte schon einen gezündet Aber ich höre dich glaube ich genau hinter mir irgendwie Gar nicht, weil jetzt provo Nein, ich komme zu früh runter Ist aber okay Okay Oh, da habe ich nicht zu langsam gemacht, da war ich zu greedy Aber ich überrunde hier gleich Der fliegt da oben gegen das Ding, was ist das denn? Naja, ich sag mal nichts Ich habe schon überrundet What the fuck? Letzte Runde, Bani Okay Oh, ich habe den Boost gekriegt auf dem Glockenfurm Oh oh Okay, bin drin Jawolski Jawolski Oh, den habe ich mir selbst versaut Oh nein Oh nein Schade, Benni Ja, den zwei habe ich mir selbst versaut Weil ich dann in der letzten Kurve nochmal 4 gedrückt habe Oder im Sprung 4 gedrückt habe Dann hat er so eine Rolle nach außen gemacht Oh ja, oh das ist ärgerlich Dann bin ich an der Wand lang gedriftet Da Oh Ich habe auch schon alles gehabt und Much Sch-sch-sch-schade Ja, das ist echt scheiße Schade, 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 schade Schokolade Aber Ja, manchmal hat man das Dann ist man noch nicht ganz auf dem Boden Dann tippst du dieses Böllchen an auf deinem Tastenfeld Tastenfeld Und dann Junge, ey Kommt da aus mir raus Wörter hier Aber ja Und dann macht er einen Flip statt diesen Drift, ne? Ja Ärgerlich Das ist total ärgerlich Das ist sowas von total ärgerlich Ein richtig TV-total-total-total-ärgerliches TV-Erlebnis Was? To-tal Oil ist Was bist du? Soll ich nicht Achso, äh Gold 3 Okay Was ist das? Was ist das? Was? What are you doing? What are you doing? I don't know I don't know You don't know what you're doing And your car is driving in hell alone Und, äh What? Ja, guck mal was für eine Strecke die jetzt bekommen hier Aber die Strecke die kannten wir ja schon gut Die haben ja schon oft geradet Ja, die ist komischerweise sehr oft Eine der ersten Strecke Kennen wir Die kennen wir Ja Ja, die haben wir schon mal gespielt Die ist auch, glaub ich, gar nicht so easy Naja, doch Ich, ja, nee Nee Ich hoffe, du verstehst mich Oh 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 Ja Ist schon okay die Strecke Boah Die ist gar nicht so schnell Die ist scheiße die Strecke Ah Ich Komme einigermaßen gut durch Oh Da oben wäre auch noch ein Pad Das habe ich jetzt erst gesehen Was Oh 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 bei Oh 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 der war weit vor mir glaube ich also ich bin sehr gut durchgefahren meine verhältnisse fand ich echt klasse aber der war 6 sekunden vor mir 6 sekunden alter verwalter schade aber nützt nix 25 sekunden vor dir noch das ist schon heftig um 6 und immer noch von mir und ich bin sehr gut durchgekommen ich muss bloß wissen wo es besser geht und das ist halt weird das ist korrekt das ist korrekt ja aha next round we will do it also ich würde mal sagen wenn man die ganzen abkürzungen jetzt nicht aber diese schnellen wege wenn man die kennt ja da muss auch jeder griff hier sitzen naja dass du halt auch überall vorbeikommst ne und nicht irgendwo explodest oder so er hat allein in einer runde ungefähr ja müsste in einer runde hat er 5 sekunden ist er von mal abgekommen knappe 5 sekunden aber ich weiß nicht wo er da lang gegrindet ist irgendwie oben auf jeden fall nach der ganzen rechts kurverei dann kommen ja links die felsen noch und so und dann ist er da irgendwo oben noch lang nein 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 aber ich stehe wieder links neben mir 3 2 1 go 71 naja ich meine nicht mal drei unterschiedliche strecken nacheinander oh ne doch nicht das ist die erste wieder oh ich dachte das wäre jetzt eine andere die die wand ehrlich das war nicht mein schlaf scheiße ja manchmal da stehen noch zwei am start also letzter wirst du auf jeden fall nicht sind wahrscheinlich dann schon gleich raus na das ist ärgerlich wenn man das dann irgendwie irgendwo verkackt schon ne aber das kann halt passieren ich habe irgendwie kann ich mich nicht lange rum behalten gerade diese runde aber ist egal wie immer nett was sind wir denn wirst du machen 10 3 4 5 6 6 5 Schlecht. Nein, das ist ganz schlecht. Oh, da bin ich auch noch gesprungen aus, das bin ich voll mal... ...wissen, aber das ging ja nicht. Ach, vierter Jahr wenigstens. Hast ja noch viel aufgeholt, letztendlich. Da war ja noch gar nicht mal so schlecht. Das war gar nicht mal so schlecht, Benny. Ja, abger acontecendo. Guck, geschmeidige 50% bei Platin 2 und damit sage ich, danke fürs Zusehen. Bis zur nächsten Folge, das Gerne Like da, haut rein und tschau tschau. this. Dies